Yo Leute, DoublePamies, hier ist wieder Milchverbot. Loot, 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 loot. Ähm, ich muss jetzt mal eine Sache loswerden. Und zwar, Unge-Stans-Moves gehen mir unglaublich auf den Scheiß-Sack. Es ist alles so offensichtlich, dass Milch giftig ist. Also, haltet euer Scheiß-Mau-Schem-Mesh-Schem. Mein Arsch ist offensichtlich unglaublich weit offen. Löl, mein Schwanz ist immer komplett im Arschloch drinne. Soos. Bam-Bam-Bam-Bam-Mau-Bara-Schem. Unter normalen Umständen, wenn er jetzt einfach nur Menschen hochjagen würde, würde nie wieder Kanaken fiesten können. Schuschen, schuschen. Er könnte es so verstehen. Kanaken fiesten. Und Menschen fiesten ist natürlich identisch. Er könnte es so verstehen. Er macht sich darüber lustig und denkt, er wäre der Überficker, der in der Lage wäre zu wichsen. Wisst ihr was? Er dachte sich einfach, er macht so Scheiß- Er macht so Scheiß-Schem. Mhm. Dem trinken viele Kanaken auf der Welt. Aus Deutschland. Schlasch. Er ist gerade nicht am Kanaken. Deswegen fiegt er keine Drecksau aus Hamburg. Lalal. Das was was? Lalal. Wisst ihr? Und alle Fütter fangen an zu wichsen. Das ist ein Mensch, Mensch, der hat was weiß ich Probleme. Über sowas machen sich Leute Gedanken, die Millionen auf dem Konto haben, aber dann nicht jemand, der so ein Leel führt. S***. Als ob dein Schwanz sechs Kilo wiegen würde, und du uns alle f***st. Das ist so offensichtlich. Ich will nicht. Alles klar Leute. Ich liebe Kanaken. Bis zum nächsten Minecraft Let's Play. Euer Milchabot. Ciao. Ciao. Ciao! Ciao! ив